Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Ja von dem Asteroiden 2023 DZ2 könntet ihr mittlerweile was mitbekommen haben, denn in den Medien wird er jetzt auch schon behandelt. Das heißt also dieses Objekt mit einem Durchmesser mittlerweile 39 bis 88 Meter, das heißt er wurde kleiner. Das liegt daran, dass er jetzt mittlerweile näher an der Erde dran ist und die Größeneinschätzung besser funktioniert. Am Anfang war er tatsächlich maximal 120 Meter groß, mittlerweile etwas kleiner. Das heißt also diese neuen Daten zeigen, das Objekt ist nicht ganz so groß wie man das am Anfang gedacht hat. Ja die Annäherung an die Erde mit ungefähr 145.000 Kilometern, da werden manche sagen, das ist ja ewig weit weg. Naja also wenn man unser Sonnensystem betrachtet wohl eher nicht. Das heißt im Grunde genommen sehr nah an der Erde dran. Das Thema bei diesem 2023 DZ2 ist ja auch, dass er eben aufgrund seiner Bahn durchaus in der Lage ist in Zukunft die Erde zu treffen. Allerdings in der Größenordnung, in der er sich jetzt momentan bewegt, auch nicht unbedingt planetengefährdend. Wenn das Objekt allerdings über einer Stadt zum Beispiel niedergeht, dann schaut die Sache ganz anders aus. Hast du wissen, in dieser Größenordnung, die tendieren dazu auch komplett in der Atmosphäre zu explodieren. Das ist nicht unbedingt besser, als wenn er einschlägt. Die Druckwelle, die dadurch entsteht, also durch die Explosion in der Atmosphäre, kann verheerend sein. Auch der Hitzestrahl, der dabei entsteht, kann ganze Flächen verbrennen. Man hat zum Beispiel in der Antarktis ein Ereignis untersucht. In den Eisschichten konnte man das nachweisen, dass dort ein Asteroid auch ungefähr in der Größenordnung über der Antarktis explodiert ist. Der ist nicht eingeschlagen, hat keinen Krater erzeugt. Aber die enorme Hitze, die dort frei wurde, hat das Eis komplett geschmolzen. Also da hat sich quasi ein Krater im Eis gebildet durch den Hitzestrahl, der durch die Explosion in der Atmosphäre entstanden ist. Und da hat man dann auch mal das umgerechnet und festgestellt, also das ist extrem heftig. Da kann man dann tatsächlich mal ausrechnen, was ist denn schlimmer, wenn er einschlägt oder wenn er in der Atmosphäre explodiert. Also das ist nicht unbedingt gut, wenn ein Objekt ein bisschen kleiner ist und dann in der Atmosphäre explodiert. Also das hängt dann immer auch von der Zusammensetzung ab. Was wir hier jetzt sehen, das ist die heutige Annäherung an die Erde. Das heißt, es wird noch ein bisschen dauern. Und dann sehen wir wie er hier so rein wandert. Und dann, und jetzt wird es eben interessant, also was bezüglich des Schnittpunkts. Das heißt also, er befindet sich tatsächlich teilweise auf der Höhe der Erde, wenn man das Sonnensystem oder besser gesagt auch die Mondumlaufbahn mit der Erde vergleicht, also auf einer Ebene. Und das bedeutet, dass er im Verlauf seiner Existenz irgendwann mal vielleicht tatsächlich durch Einflüsse, wie zum Beispiel den Einfluss durch andere Planeten, den Einfluss der Sonneneinstrahlung. Also Sonnenwind kann unter anderem auch die Umlaufbahnen von Objekten verändern. Was auch passieren kann, ist zum Beispiel, dass auf Asteroiden Gas ausströmt durch die Erhitzung durch die Sonne. Das führt dann teilweise zu sehr interessanten Begebenheiten. Es gibt zum Beispiel einen Asteroiden, der wird durch die Sonneneinstrahlung so stark in Rotation versetzt, dass die Rotationsgeschwindigkeit so groß ist, dass er auseinanderfliegt. All das kann mit Asteroiden passieren, allein durch die Sonne. Deswegen ist so die Annäherung jetzt zum Beispiel eines solchen Asteroiden an die Erde durchaus ein Thema, auch bezüglich der Berechnung der Umlaufbahn in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, wie sich das eben entwickelt. Und ihr seht selber, die mittlerweile berechnete Umlaufbahn hat sich auch etwas verändert. Also wir hatten am Anfang tatsächlich eine Umlaufbahn, die nicht über die Mars-Umlaufbahn hinaus gegangen ist. Aber wir haben jetzt hier draußen ein Objekt, den Jupiter, der solche Umlaufbahnen gerne mal verändert. Und da wir jetzt von der Umlaufbahn zwischen Mars und Jupiter sind und der Asteroid teilweise zumindest dem Jupiter sehr nahe kommt. Aber auch nur, wenn der Jupiter hier ist, logischerweise, kann das die Umlaufbahn verändern. Auch wenn es nur minimal ist, kann das dann dazu führen, dass der Asteroid wesentlich gefährlicher wird, als er momentan schon ist, weil er eben die Umlaufbahn ein bisschen verändert und dann der Erde noch näher kommt oder vielleicht einschlagen könnte. Also definitiv 2023 DZ2 potenziell gefährlich. Potenziell gefährlich heißt aber nur, dass da irgendetwas passieren könnte. Irgendwann mal. Also nichtsdestotrotz ein interessantes Objekt, ob der jetzt einschlägt oder nicht. Also ich hoffe natürlich nicht. Aber wir müssen uns auch über eines im Klaren sein. Der nächste Einschlag eines Objektes in dieser Größenordnung ist nicht die Frage des Ob, sondern nur des Wann. In einer Lebenszeit eines Menschen ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass so etwas passiert. Also zum Beispiel in unserer Lebenszeit jetzt ist die Chance eher gering, dass sowas dann auch stattfindet. Aber wir hatten Tunguska und da müssen wir davon ausgehen, dass das tatsächlich auch ein Asteroid war, der in der Erdatmosphäre explodiert ist. Es gab keinen Krater, aber es gab sehr, sehr viele Bäume, die flach lagen. Die Frage ist, war es ein Asteroid, war es irgendwas anderes? Es gibt ja verschiedene Hypothesen zu diesem Thema. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es ein Asteroid war, da man auch über einen längeren Zeitraum hinweg tatsächlich auch in Europa sehr hohe leuchtende Wolken gesehen hat. Das heißt also, da waren Wolken in den oberen Bereichen der Atmosphäre weit über dem Wettergeschehen. Das heißt also, da gab es einen Eintrag, jedenfalls auch in die Stratosphäre. Da war längere Zeit dann Material vorhanden. Und das konnte man dann dementsprechend auch nachts sehen, wenn die Sonne so langsam untergegangen ist und dann hinter dem Horizont verschwunden ist, hat sie immer noch diese extrem hellen, leuchtenden Wolken verursacht, weil die eben sehr weit oben waren. Also, das war ein Ereignis, welches ungefähr in der Größenordnung lag, wie jetzt zum Beispiel 2023 DC2. Hätte das damals über einer größeren Stadt stattgefunden, wäre es katastrophal gewesen. Und heute natürlich auch, klar. Also, wir werden sehen, was mit diesem Asteroiden weiter passiert. Auf jeden Fall mal wieder ein Close Call, wie man so schön sagt. Also ein Asteroid, der beinahe die Erde getroffen hätte. Auch wenn man sich natürlich sagen, ja, das ist ja nur so weit weg. Aber guckt euch mal unser Sonnensystem an. Dann werdet ihr feststellen, ja, da sieht man jetzt eigentlich gar keinen Unterschied mehr zwischen Erde und Asteroid. Wo ist denn der jetzt überhaupt? Das heißt also, astronomisch gesehen, was jetzt die Größenordnung unseres Sonnensystems und so weiter angeht, ist diese Begegnung selten. Wie gesagt, alle zehn Jahre. Wir hatten zum Beispiel 2019 ein Ereignis, das war noch problematischer. Da hat man tatsächlich einen Asteroiden, der hatte 100 Meter Durchmesser. Und der ist dann, wenn man mal die Erde sieht, hier vorbeigeflogen. Das heißt also, das war wow. Und diesen Asteroiden 2019, OK, hat der damals geheißen, also OK, der war entdeckt worden, als er sich hier ungefähr befunden hat. Und dann ist er hier vorbeigezogen und dann hat man gesagt, wow. Man hätte null Vorwarnzeit gehabt. Das heißt, das Ding wäre einfach eingeschlagen und man hätte keine Möglichkeit gehabt, irgendjemanden zu warnen. Und genau so ist es teilweise auch, denn wir haben ein paar tote Winkel hier. Das heißt also, wir sehen nicht das gesamte Umfeld der Erde, sondern wir können bestimmte Umlaufbahnen oder Annäherungsbahnen nicht sehen, mit den Gerätschaften, die wir momentan zur Verfügung haben. Und da gibt es tatsächlich tote Winkel. Und diese toten Winkel, da war eben dieser 2019 OK genau drin. Oder OK. Wieso sagen ich eigentlich immer OK? Naja, wahrscheinlich eben wegen OK. Ja, also eine sehr interessante Geschichte, meine Lieben. Auch diesmal geht die Welt nicht unter. Aber nochmal, es ist eine Frage der Zeit, bis sowas passiert. Darum ist ja die Idee oder, wie gesagt, der Hintergedanke für eine Asteroidenabwehr tatsächlich etwas Entscheidendes. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an das Thema Didymos, also DART, die Mission, die NASA-Mission, die unter anderem auch ein Geschoss auf diesen Mond eines anderen Asteroiden abgeschossen hat, um die Umlaufbahn zu verändern. Und es hat tatsächlich funktioniert. Das heißt also, man kann die Umlaufbahn eines Asteroiden verändern, auch signifikant. Und es geht ja hier nicht darum, dass man den jetzt, wenn er hier auf dem Weg zur Erde ist, hier irgendwo trifft und dann ablenkt. Sondern es geht darum, dass man jetzt zum Beispiel sagt, OK, 2023 DZ2. Dieses Objekt wird zum Beispiel im Jahr 2076, wenn die Bahn dann dementsprechend festgelegt ist, die Erde treffen oder was auch immer. Dann kann man jetzt eine Sonde starten, die Umlaufbahn so verändern, dass das nicht stattfindet. Das heißt, man braucht schon eine Vorlaufzeit. Eine Umlaufzeit wahrscheinlich schon. Also einen Umlauf um die Sonne, die Ablenkung dann so zugestalten, dass man auch einen effektiven Wert erzielt. Also hier geht es nicht darum, Asteroiden, die auf dem Weg zur Erde sind, und die stellt man jetzt hier fest, irgendwie abzulenken. Es geht um die Veränderung der Umlaufbahn über längere Zeiträume hinweg. Genauso wie das zum Beispiel auch die Gravitation des Jupiters hier draußen veranstaltet, mit der Umlaufbahn dieses Asteroiden, wenn er eben dem Jupiter relativ nahe kommt. Also, wir werden jetzt sehen, auch was Asteroidenabwehr angeht, wie sich das entwickelt. Aber nichtsdestotrotz ein interessantes Thema. Das war jetzt sehr trocken, nur dieses Bildchen hier, am Anfang Text. Aber das meiste in der Astronomie sind tatsächlich Zahlen und Tabellen. Gott sei Dank gibt es Visualisierungsmöglichkeiten heutzutage, damit das alles ein bisschen plastischer ist. Ansonsten müssten wir uns tatsächlich hinsetzen und Tabellen anschauen mit veränderlichen Zahlen und die dann selber irgendwie interpretieren. Ich bin ganz froh, dass das heutzutage so möglich ist. Also, meine Lieben, eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!